Fast & Firouz Salz, Pfeffer, Petersilie, Dill, Lachs und Frischkäse natürlich. Dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. So, dann nehmen wir uns zuallererst die Zucchinis vor. So, dann teile ich sie einmal durch die Mitte. Und dann schneide ich sie in ganz dünne Streifen. Wenn wir das erledigt haben, stellen wir die erstmal zur Seite. Und fangen direkt mit dem nächsten Schritt an. Und zwar nehme ich mir dafür die Petersilie einmal vor. Und hacke sie einmal ganz klein. Das Ganze gebe ich dann einmal zu Frischkäse hinzu. So, und das Gleiche mache ich dann mit dem Dill. Dann nehme ich mir einmal den Knoblauch vor. Und zwar hacke ich den auch einmal ganz fein. Und das Ganze gebe ich dann auch nochmal zum Frischkäse hinzu. So, dann nehme ich mir jetzt einen Löffel und mische das einmal gut durch. So, dann nehmen wir uns die Zucchinis wieder vor. Erhitzen einmal Olivenöl in der Pfanne. Und braten unsere Zucchini in der Pfanne goldbraun an. Ja, dieses Geräusch liebe ich doch. Das ist wie Musik in meinen Ohren beim Kochen. So, jetzt haben wir einmal die Zucchinis angebraten. Jetzt nehmen wir uns die einmal hier vor. Hier ein wenig Salz und Pfeffer drauf. Schmieren jetzt einmal unseren Frischkäse drauf. Dann nehmen wir uns einmal den Lachs vor. Und belegen die Zucchini mit dem Lachs noch einmal. Und rollen die Zucchinis einmal zusammen. Und das Ganze machen wir jetzt mit der restlichen Zucchini. Zucchini mit dem Lachs röllchen. Ich esse sie am liebsten mit Sojasauce, bisschen Wasabi, wie man es auch bei Sushi kennt. Ich würde sagen, ich hoffe ihr macht das Rezept nach. Falls euch das gefallen hat, lasst ein Abo da. Lasst einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke. Ich hau jetzt rein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal meine Freunde. Euer Joes Bros. Bis zum nächsten Mal.